Die Brücke zwischen dem von Serben dominierten Nordteil von Mitrovika und dem von Albanern dominierten Südteil gilt als Symbol für den brüchigen Frieden im Kosovo. Einst herrschte ein blutiger Krieg im Kosovo. Der Konflikt wurde befriedet, doch nie ganz gelöst. Nun steigt die Sorge, dass die Spannungen im Norden des Kosovo an der Grenze mit Serbien eskalieren. Wie die kosovarische Zeitung Koha die Tore berichtet, werden die Grenzübergänge zwischen Serbien und dem Kosovo derzeit durch serbische Aktivisten mit Lastwagen blockiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017